Die Vereinigungskirche, ursprünglich The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, auch als Moon-Bewegung bekannt, ist eine neue religiöse Bewegung, die 1954 von dem Koreaner S.U.N. Mayung Moon gegründet wurde. 2011 wurde der offizielle Name der Bewegung in Deutschland in Thonkirgyu-Vereinigungsbewegung geändert. Die wichtigsten Lehren stehen in dem Buch Das göttliche Prinzip, das unter der Anweisung Moons geschrieben wurde. Die Organisation hatte 2007 im deutschsprachigen Raum etwa 1200 Mitglieder. In Japan, Südkorea und den Vereinigten Staaten ist durch höhere Mitgliederzahlen ihr politischer und wirtschaftlicher Einfluss größer. Der Hauptsitz der Bewegung befindet sich in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Seit Moons Tod im September 2012 sind seine Witwe H.A.K. Jahan und ihr jüngster Sohn Hayung J.I.N. Moon gemeinsam die Vorsitzenden der Vereinigungsgirche. International Hayung J.I.N. Moon hat diese Position bereits seit April 2008 inne. Seit 2005 ist der viertgeborene Sohn Cook J.I.N. Moon Vorsitzender des Wirtschaftsunternehmens der Vereinigungsgirche. Nach Moons Tod am 3. September 2012 sollen somit H.A.K. Jahan, Hayung J.I.N. Moon und Cook J.I.N. Moon die Leitung über die Vereinigungsgirche haben. Geschichtliche Entwicklung S.U.N. Mayung Moon hatte nach eigenen Angaben am Ostersonntag den 17. April 1935 eine Vision von Jesus Christus. Jesus habe ihn gebeten, seine Mission zu vollenden und die Welt zu erlösen. Moon war daraufhin Mitglied in verschiedenen Kirchen und versuchte mehrere Jahre mit etablierten christlichen Erweckungsbewegungen in Korea zusammenzuarbeiten. Als diese Bemühungen scheiterten, gründete Moon 1954 die Heilig-Geist-Gesellschaft zur Vereinigung des Weltchristentums, die später als Vereinigungsgirche bekannt wurde. Bis 1957 bildeten sich in 30 Städten in Südkorea Kirchengemeinden. Die grundlegende Lehre der Vereinigungskirche wurde 1950 bis 52 von HY01 EU, dem ersten Vorsitzenden der Heilig-Geist-Gesellschaft, niedergeschrieben und unter dem Titel WOLI Hessol im Jahre 1957 Dekasekunden erste Mal gedruckt. Ende der 1950er Jahre wurden die ersten Missionare nach Japan und die Vereinigten Staaten entsendet. Am 16. März 1960 heiratete Moon Haakaya Han. Dieses Ereignis gilt innerhalb der Vereinigungsgirche als die Hochzeit des Lammes. Moon führte seitdem Ehesignungen durch die wegen der großen Anzahl der teilnehmenden Paare große öffentliche Aufmerksamkeit erregen. Ab Juli 1960 wurden in Südkorea jährlich im Sommer Projekte durchgeführt, bei denen sich über 400 christliche Kirchen beteiligten. Dabei wurden Bibelwissen und die Lehre Moons verbreitet sowie gemeinnützige Arbeit durchgeführt. Im Rahmen seiner ersten Welttour im Jahre 1965 hielt Moon in 40 Nationenreden und errichtete an mehreren Orten sogenannte Holy Grounds. Auf seiner Reise in die Vereinigten Staaten traf Moon auf den ehemaligen US-Präsident Wei T. Eisenhower. 1966 wurde die zweite Ausgabe der Lehre der Vereinigungsgirche W.O.L.I. Kangron in koreanisch herausgegeben, welches das grundlegende Textbuch der Lehre von S.U.N. Mayung Moon ist. 1969 reiste Moon nach Europa, Japan und in die Vereinigten Staaten. In Deutschland erhielten zu dieser Zeit zum ersten Mal internationale Paare die Heilige Ehe Segnung. Mit dem Umzug von S.U.N. Mayung Moon in die USA 1971 verlegte sich der Schwerpunkt der Arbeit der Internationalen Vereinigungsgirche von Südkorea in die USA. Einige Monate später veranstaltete die Vereinigungsgirche die Day of Hope Ansprachentour auf der Moon in 50 amerikanischen Bundesstaaten sprach. Darunter in sieben Großstädten, beginnend am 3. Februar 1972 im Lincoln Center in New York City. Zwei weitere Ansprachentouren durch amerikanische Großstädte folgten. 1972 hatte die Vereinigungsgirche Gemeindezentren in zehn verschiedenen Bundesstaaten der USA. 1973 entstand die erste Übersetzung des W.U.L.I. Kang Ron ins Englische unter dem Titel The Divine Principle. Fast zeitgleich mit der deutschen Übersetzung. Nach der Watergate-Affäre von US-Präsident Richard Nixon rief die Vereinigungsgirche in einer Kampagne vor GIF. Love and Unite die amerikanische Bevölkerung dazu auf, dem Präsidenten eine zweite Chance zu geben. Zu diesem Anlass von 1974 ein Treffen zwischen Nixon und Moon statt. Daraufhin begann die vierte amerikanische Ansprachentour von Moon durch mehrere amerikanische Großstädte. Sie begann mit einer Großveranstaltung im Madison Square Garden in New York City am 18. September 1974 zu der 25.000 Zuhörer kamen. Daraufhin kehrte Moon nach Südkorea zurück, um dort und später auch in Japan weitere Ansprachen zu halten. Nach Aufbau der Vereinigungsgirche in Japan, Südkorea, den USA und Westeuropa wurden im Mai 1975 Missionare in 120 Nationen in Asien, Afrika, Ozeanien, Südamerika und den Nahen Osten entsendet. Nachdem Südvietnam am 30. April 1975 von den kommunistischen Truppen eingenommen wurde, veranstaltete die koreanische Vereinigungsgirche die World Rally for Korean Freedom am 7. Juni 1975 in Seoul, bei der Moon die Hauptansprache gab. Um das Bewusstsein für die Gefahr des Kommunismus zu schaffen, an der über eine Million Menschen teilnahm. Anlässlich der 200-Jahr-Feier der Gründung der Vereinigten Staaten 1976 hielt es UN-Mayong Moon zwei Ansprachen. Am 1. Juni im Yankee-Stadium in New York City und eine andere am 18. September auf dem Bicentennial God Bless America Festival am Washington Monument. 1978 startete die Vereinigungsgirche auf Initiative Moons das Home-Church-Projekt. Dieses sollte die Kirche bekannt machen, indem man bedürftigen Familien in der unmittelbaren Nachbarschaft Hilfeleistungen anbot. Im selben Jahr beschuldigte das Subcommittee on International Organizations ein Unterausschuss des Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Die Vereinigungsgirche unter anderem mit dem südkoreanischen Geheimdienst KCIA zusammenzuarbeiten, was als Gora-Agata-Affäre bekannt wurde. Dabei berief sich der Ausschuss unter anderem auf drei ungeprüfte CIA-Berichte aus den 1960er Jahren, in denen behauptet wird. Die Vereinigungsgirche sei vom KCA im Jahre 1961 gegründet worden. Der Vorsitzende des Komitees Donald M. Fraser verlangte von Kolonel Bohai-Pack, einem engen vertrauten Munds, der in den Kora-Agata-Skandal involviert sein sollte, eine Klarstellung. Letzterer sagte dreimal vor dem Ausschuss von Fraser aus und bestritt dabei jegliche Verbindungen zwischen der Vereinigungsgirche und dem KCIA. Fraser konnte seine Anschuldigungen letztendlich nicht ausreichend beweisen und Bohai-Pack und die Vereinigungsgirche wurden freigesprochen. Der Bericht wurde von zahlreichen Massenmedien aufgegriffen und trug zu einem negativen Bild der Vereinigungsgirche in der Öffentlichkeit bei. Die Vereinigungsgirche verfasste eine Stellungnahme zu den Anklagen Fraser mit dem Titel OER-Response. Moon wurde 1984 zu einer Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Bürgerrechtsbewegungen Liberale und konservative christliche Bewegungen und Pfarrer wie beispielsweise Jerry Falwell oder Joseph Loveri hielten die Anklage für nicht gerechtfertigt und für einen Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Der erste Missionar in Deutschland war Peter Koch, der die Lehre SUN Mayung Moons in Amerika kennengelernt hatte. Ein Jahr nach seiner Ankunft in Deutschland wurde am 11. Dezember 1964 die Gesellschaft zur Vereinigung des Weltchristentums in Frankfurt am Main gegründet. Im Zuge einer Welttour besuchte Moon 1965 die Kasekunden erste Mal Deutschland und gründete drei heilige Gründe in Berlin, Frankfurt am Main und Essen. Er beauftragte die Mitglieder, Missionare ins Ausland zu entsenden. Daraufhin gingen vereinzelt Missionare ins Ausland, beispielsweise nach Spanien und Frankreich. Mit dem Besuch Moons 1969 kam es zu einem ersten Leiterwechsel, Peter Koch wurde Landesleiter in Österreich. Paul Werner war für die Deutsche Vereinigungskirche verantwortlich. Werner legte einen neuen Schwerpunkt auf das Verteilen von Einladungen und andere Straßenaktionen sowie die Eröffnung neuer Gemeindezentren. 1971 gab es in Deutschland 21 Gemeindezentren und 100 Mitglieder. Im September 1971 reisten zwei Missionsteams mit je zwölf Mitgliedern durch verschiedene Städte Deutschlands, um dort neue Kirchenmitglieder zu finden. 1972 hielt Moon im Rahmen der Day of Hope Ansprachentour erstmals drei öffentliche Reden in Deutschland, genauer in Essen. Kurze Zeit später wurden als Teil der One World Crusade neue Missionsteams in München gebildet. Die erste Übersetzung aus dem Englischen von Das göttliche Prinzip wurde 1972 von Paul Werner veröffentlicht. 1974 begann die Deutsche CARP an der Frankfurter Universität ihre Aktivität. Es gibt in Deutschland zehn offizielle Gemeindezentren. Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Bonn, Gießen, Frankfurt, München, Stuttgart und Nürnberg. Der erste Pionier der Vereinigungskirche in Österreich war Paul Werner, der am 19. Mai 1965 in Wien ankam. Im Mai 1966 wurde die Gesellschaft zur Vereinigung des Weltchristentums bei der Sicherheitsdirektion als Verein eingetragen. Innerhalb von fünf Jahren baute Werner eine Gemeinschaft von über 30 Mitgliedern auf. Im Jänner 1974 wurde der Vereinsstatus der rasch wachsenden religiösen Gemeinschaft aus formalen Gründen durch die Sicherheitsdirektion Wien wieder zurückgezogen. Bis zur Vereinsgründung der österreichischen Familienföderation für Weltfrieden im Jahr 1997 existierte die Vereinigungskirche daher lediglich als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Bereits früh avancierte die österreichische Vereinigungskirche zu einer der führenden nationalen Gruppen in Europa und entsandte Missionare in die Schweiz, in die Chosklovakei, in die USA, nach Deutschland und in diverse Länder des kommunistischen Ostblocks. Am 15. Juni 2015 wurde die Vereinigungskirche durch das österreichische Kultusamt als staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft anerkannt. Zurzeit führt die österreichische Vereinigungskirche sechs offizielle Gemeindezentren in der Bundeshauptstadt Wien sowie den Landeshauptstädten Linz, Graz, Klagenfurt, Salzburg und Innsbruck. Nach eigenen Angaben zählt die Vereinigungskirche in Österreich rund 700 Mitglieder. Lehre Die Lehre der Vereinigungskirche stammt von dem Gründer Sun Mayung Mun. Muns Offenbarung wird als der Schlüssel für das Verständnis der christlichen Bibel und als Anleitung zur Wiederherstellung der Welt verstanden. Die Hauptwerke über die Lehre der Vereinigungskirche sind das göttliche Prinzip und Chion Seon Guiung. Es gibt einen einzigen Gott, der absolut unveränderlich, allmächtig und ewig ist. Er ist unsichtbar, übersteigt Raum und Zeit und ist Schöpfer des Universums. Als Geschöpf Gottes ist die Welt der physische Ausdruck seines Wesens. Die Eigenschaften, die in Gott vereint sind, werden somit in der Schöpfung reflektiert, zu denen polare Wesenszüge zählen. Wie zum Beispiel Maskulinität und Feminität. Gott ist die Quelle der Wahrheit, Schönheit, des Guten und der Liebe. Gott steht nicht in der Position eines Richters, sondern in der Position von Eltern der Menschheit. Als Eltern hat er sowohl den väterlichen Aspekt der Rechtschaffenheit als auch den mütterlichen Aspekt der Vergebung und Fürsorge in sich. Gott schuf das Universum, um in Beziehungen zu Objektpartnern Liebe und Freude erfahren zu können. Menschen sind die wichtigsten Wesen der Schöpfung, da sie Gotteskinder sind, die die Fähigkeit besitzen, selbst Schöpfer zu sein. Des Weiteren können die Menschen auf der Grundlage ihrer von Gott gegebenen Freiheit ihre Charakterentwicklung selbst bestimmen. Welche im Zusammenhang damit steht, in welchem Maße sie Gottes Liebe empfangen und erwidern können. Gott als Eltern der Menschen gab dem Menschen den Lebenszweck, Freude zu erfahren, was sich ausdrückt in den drei großen Segen. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und herrscht über die Fische und Meere, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere. Die sich auf dem Land regen. Seid fruchtbar, steht für die Erlangung geistiger und körperlicher Reife, also für Harmonie zwischen Geist und Körper, ausgerichtet auf Gott. Vermehrt euch bedeutet die Errichtung einer idealen Familie mit Gott im Mittelpunkt. Herrscht über alle Lebewesen auf der Erde fordert vom Menschen. 1. Eine verantwortungsbewusste Führung über das gesamte Universum zu übernehmen und als Mittler zwischen Gott und der physischen Welt alle Dinge im Einklang mit Gottes Ideal zu gebrauchen, damit sie wiederum ihren Schöpfungszweck erfüllen können. Gottes Schöpfungsideal ist dann erfüllt, wenn Gott und die Menschheit in einer Beziehung der Liebe stehen und der Mensch die drei großen Segen erfüllt hat. Der Mensch wird als Mittler der geistigen und physischen Welt gesehen, da er sowohl ein physisches als auch ein geistiges Selbst besitzt. Das Geistige Selbst lebt nach dem Tod des physischen Selbst ewig in der geistigen Welt weiter. Verstorbene Menschen und Engel können mit dem Geistigen Selbst von Lebenden interagieren oder es beeinflussen. Engel wurden geschaffen, um den Menschen bei der Erfüllung der drei großen Segen zu helfen. Der vollkommene Mensch steht über den dienenden Engeln. Der Sündenfall der ersten menschlichen Vorfahren Adam und Eva aus der Bibel ist den göttlichen Prinzipien zufolge. Ein tatsächliches historisches Ereignis. Jedoch werden Elemente der Geschichte, wie zum Beispiel der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, die verbotene Frucht und die Schlange, als symbolische Metaphern für einen idealen Mann, eine ideale Frau, sexuelle Liebe und den Erzengel Lucifer interpretiert. Der Sündenfall setzt sich aus dem geistigen Fall und dem physischen Fall zusammen. Unter dem geistigen Fall versteht man die verbotene sexuelle Beziehung zwischen dem Erzengel Lucifer und der noch unreifen Eva. Diese Beziehung war entgegen dem ursprünglich vorgesehenen Verhältnis zwischen Mensch und Engel. Mit dem physischen Fall wird die darauf folgende sexuelle Vereinigung von Eva mit Adam beschrieben, welche zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Gott gesegnet war. Dabei übertrug Eva ihr Elemente aus der Beziehung mit Lucifer an Adam und über ihre Kinder wurden sie an die gesamte Menschheit weitervererbt. Aus diesem Grund steht nicht Gott im Mittelpunkt der menschlichen Gesellschaft, sondern Lucifer, was dem Ideal Gottes entgegensteht. Die Lehre der Vereinigungskirche besagt, dass die gesamte menschliche Geschichte seit dem Sündenfall ein andauernder Kampf zwischen den Kräften von Gott und Satan ist, um die ursprüngliche Sünde zu bereinigen und die ursprüngliche Liebe wiederherzustellen. Dieser Prozess ist die treibende Kraft der menschlichen Geschichte, die eine Geschichte der Wiederherstellung und Wiedergutmachung ist. Die Wiederherstellung der satanischen Erplinie in die göttliche Erplinie ist die zentrale Aufgabe des Messias. Der Wechsel der Erplinie wird durch die Teilnahme an der heiligen Ehe-Signung erreicht. Die Geschichte der Religionen ist die Geschichte göttlicher und menschlicher Anstrengung, um das Ideal, das sich in der Verwirklichung der drei großen Segen ausdrückt, zu verwirklichen. Im Laufe der Geschichte sind verschiedene bedeutende Persönlichkeiten erschienen, die auf der Seite Gottes oder Satans standen und dem Prozess der Wiederherstellung entweder dienten oder ihm entgegenwirkten. Der Messias kann die Menschen lediglich von der ursprünglichen Sünde befreien und sie durch seine Lehre führen. Die Verantwortung, persönliche und erbte Sünden zu beeinigen, trägt jeder Mensch selbst. Nach der Lehre der Vereinigungsgirche ist der Messias ein Mensch, der ohne ursprüngliche Sünde und aus der göttlichen Natur Gottes geboren wurde. Er ist mit Gott verbunden, jedoch nicht Gott selbst. Der Messias steht in der Position des ersten Menschen, Adam. Seine Mission ist es, den Sündenfall wieder gut zu machen und das Schöpfungsideal zu erfüllen. Dafür muss er eine Frau zu geistiger Reife führen und mit ihr eine Familie gründen. Die Vereinigungsgirche versteht die Hochzeit des Lammes demnach als buchstäbliche Hochzeit zwischen dem Messias und einer wiederhergestellten Frau. Jesus war der Messias. Wegen des Unglaubens der Menschen wurde Jesus jedoch gekreuzigt, bevor er die messianische Aufgabe auf der Erde vollenden konnte. Dem göttlichen Prinzip zufolge war Jesu Kreuzesdut weder notwendig noch der Wille Gottes. Jesus hätte während seiner Lebzeiten tatsächlich Vater werden eine Familie gründen und das Königreich Gottes errichten sollen. Der Opfertod am Kreuz war dennoch nicht vergebens. Auf dem siegreichen Fundament des Kreuzes konnte Jesus auch verstehen und der Menschheit geistige Erlösung bringen. Der Messias muss wiederkommen, um die Menschheit auch physisch zu erlösen. Sun Mayung Moon wurde als dieser zweite Messias geboren. Er hat die Aufgabe, die Mission Jesu zu Ende zu führen. Zusammen mit seiner Frau Haakaya Han nimmt er die Rolle von wahren Eltern ein. Durch sie wurde zum ersten Mal Gottes Ideal eines vollkommenen Elternpaars erfüllt. Dementsprechend bezeichnen Mitglieder der Vereinigungskirche Sun Mayung Moon als wahren Vater, Haakaya Han als wahre Mutter und ihre gesamte Familie als wahre Familie. Durch die wahren Eltern soll die gesamte Menschheit an die Erblinie Gottes angepfropft werden. Die wahren Eltern sollen allen Menschen den Weg zeigen, selbst wahre Eltern zu werden und wahre Familien zu gründen. Symbol In der Mitte des Symbols ist ein Kreis, welcher für Gott, Wahrheit, Leben und Licht steht. Von diesem Kreis gehen für jeweils eins dieser Elemente vier große dreiecksförmige Strahlen aus, sowie weitere acht kleinere. Insgesamt ergibt dies zwölf Strahlen, die an die Sonne und deren Strahlen erinnern sollen. Diese sollen die zwölf als biblisch wichtige Zahl aufgreifen. Die zwölf Strahlen korrespondieren zu den in der Apokalypse genannten zwölf Perlentoren, die alle in die heilige Stadt Jerusalem führen oder sich beispielsweise auch auf die zwölf Jünger Jesu beziehen. Die vier, beziehungsweise zwölf Sonnenstrahlen stehen darüber hinaus für die Himmelsrichtungen und dafür, dass die Wahrheit auf zwölf Wegen verbreitet werden kann. Sie können auch die zwölf Typen des menschlichen Charakters darstellen. Das Quadrat in der Mitte symbolisiert mit seinen vier in die vier Positionen Grundstruktur, also die Einheit von Ursprung, dessen Teilung und deren Einheit. Der äußere Kreis repräsentiert das Prinzip des Gebens und Empfangens, das Grundlage aller Existenz und somit des Kosmos ist. Der Gründer Sun Mayung Moon lehrt, dass die Struktur des Himmelreiches nach dem Muster dieses Symbols errichtet werden wird. Also durch zwölf Stämme und zwölf Charaktertypen, durch die Errichtung der vier Positionen Grundstruktur. Ausgerichtet auf Gott in harmonischem Geben und Empfangen. Entgegen oftmaliger Behauptungen stellt das Symbol in keiner Weise eine Hommage an die Flagge der japanischen Marine dar. Politische Einflussnahme In Verfolgung ihrer antikommunistischen Ziele bemühte sich die Vereinigungskirche seit den 70er Jahren verstärkt um Einflussnahme auf die Politik. Zur Einflussnahme auf die Öffentlichkeit benutzt die Vereinigungskirche verschiedene Unterorganisationen. Die Kausar propagierte insbesondere in den 1980er Jahren die Philosophie der Vereinigungskirche, den Gottismus. Ihr Vorsitzender war in den 80er Jahren Boha E.E. Park. In Deutschland führte die Kausar Deutschland e.V. verschiedene Tagungen durch. Die Vorträge wurden regelmäßig in der Kausar Zeitschrift Forum für geistige Führung veröffentlicht. Referenten waren unter anderem Günter Rohrmoser, Helmut Berwald, Konrad Löw oder Klaus Hornung. Gezielt an Akademiker wendet sich die International Conference of the Unity of Sciences. Eine Unterorganisation der gleichfalls der Kirche unterstehenden International Cultural Federation mit Sitz in New York. Die ICUS hält jährlich Kongresse ab, auf denen die teilnehmenden Wissenschaftler 1.000 Dollar für jede Rede und 500 Dollar für jeden eingereichte Artikel erhalten, sowie noch einmal 500 Dollar für dessen Veröffentlichung. Senior Consultants erhalten 5.000 Dollar im Jahr. An den Konferenzen nehmen namhafte Wissenschaftler, auch Nobelpreisträger, teil. Der Soziologe Irving Horowitz nannte sie eine brillante Marketingstrategie. Eine weitere Unterorganisation, die World Media Association, organisiert Reisen für Journalisten. Speziell von kleineren und mittleren US-Tageszeitungen. Ich dachte, das sei die einzige Möglichkeit für mich, nach Asien zu kommen, sagte ein Journalist der Palm Beach Post nach der Teilnahme an einer solchen Reise. Eine andere Unterorganisation Freedom Leadership Foundation finanzierte 1984 die Reise eines Senatsausschusses nach Zentralamerika. Die Aktivitäten des National Conservative Political Action Committee wurden im selben Jahr mit 500.000 Dollar unterstützt. Ferner gründete die Kirche ein Washington Institute for Values in Public Policy, das konservativ orientierte Forschung an verschiedenen Universitäten unter anderem in Stanford unterstützt. Zur Finanzierung ihrer Aktivitäten transferierte die Kirche von 1975 bis 1984 800 Millionen Dollar aus Japan in die USA. Den Erlös aus Spenden und Verkaufsaktionen in den USA gab sie mit 20 Millionen Dollar an. Eine wichtige Einnahmequelle ist der Verkauf von Blumen und Schmuck durch Anhänger, die sich verpflichten, mindestens 100 Dollar einzunehmen. Spendensammlern ist ausdrücklich erlaubt, die Zugehörigkeit zur Kirche und den Verwendungszweck der Spenden zu leugnen. Boha E. E. Park definierte den Zweck des politischen Engagements 1984 wie folgt. Wir wollen die Welt erwecken und erreichen, dass dieses gottlose, totalitäre System verschwindet, es ist ein totaler Krieg. Hauptsächlich ein Krieg der Ideen, der Köpfe, des menschlichen Verstandes. Dort wird die Schlacht geschlagen. In diesem Krieg wird alles mobilisiert. Politische, soziale, ökonomische und propagandistische Mittel, die Medienorganisation, die wir schaffen, soll als Instrument unserer Sache eingesetzt werden. Als Instrument Gottes Seit 1991 missioniert die Vereinigungskirche verstärkt in den Ländern der ehemaligen UdSSR. Die baden-württembergische Landesregierung bezeichnete das Auftreten der Vereinigungskirche 1995 als exemplarisch für die Instrumentalisierung der Religion für die Durchsetzung politischer Ziele. Verbreitung und Mitgliedschaft In den Anfangszeiten der Bewegung lebten die Mitglieder häufig in Wohngemeinschaften und missionierten auf der Straße. Zur Finanzierung der Zentren und der Mischensarbeiten gingen Mitglieder von Tür zu Tür und verkauften Pflanzen, Schmuck oder andere Gegenstände. Die meisten Mitglieder waren Vollzeit mit der Mission beschäftigt und nur wenige übten einen Beruf aus. In den 1980er Jahren gründeten viele der Mitglieder, die als Jugendliche der Bewegung beigetreten waren, Familien. Sie zogen mit ihren Familien in eigene Wohnungen oder Häuser, sodass die Wohngemeinschaften aufgelöst wurden. In den meisten Familien sind einer oder beide Elternteile berufstätig. In Deutschland hat sie nach eigenen Angaben 1.300 Mitglieder und etwa 10.000 Sympathisanten. Weltweit rechnet man mit 200.000 Mitgliedern. Nach Angaben der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands beträgt die Mitgliedschaft in Deutschland mindestens 200 Personen plus etwa 1.000 Sympathisanten. Etwa 80 Prozent der Mitglieder sind verheiratet und haben Kinder. Nach Angaben der Statistik Austria haben bei der Volkszählung 2001 in Österreich 297 Personen angegeben, zur Vereinigungskirche zu gehören. Die Gemeinschaft erhielt hier 2015 den Status einer staatlich eingetragenen Bekenntnisgemeinschaft.